Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkses! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich gegeben nur als bestätigen Widerstand! Ich hab's weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Hörloffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch hab ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am ganzen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich der Fall dich! Eher jagle ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!